Ich bin Ex-Nita Ahler, bin 17 Jahre alt, komme aus Stuttgart und vertrete Süddeutschland. Mein Büchikipp ist zum Beispiel Bett lagen, auseinanderreißen und dass es dann so ein kleiner Streifen ist und in der Mitte dann Alufolie hin und das dann in die Haare wickeln und zubinden und dann in der Nacht schlafen damit und am nächsten Tag hat man dann Glocken. Wie oft hast du es schon probiert? Sehr oft. Und es funktioniert richtig gut? Ja, klar. Aber mit Alufolie ist es halt besser, weil wenn man keine Alufolie dahin macht, dann hängt es so. Okay. Okay, klar. Gerne.